Musik 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 Abgemurkt! Nicht mal! Wer will die? Sie entkommen! Kinder der Kammer! Wacht endlich auf und fangt an zu schießen! Tatsache den Kammerjäger! Nein, nicht so nett. Wir haben hier eine Leichtmeldheit. Aber das ist ja Baldrinn, unser Butler. Er wusste, wo alle Leichtmeldungen rum. Und jetzt hat er sich ihnen wohl angeschlossen. Mein Vater hat immer mehr dächtig. Mal sehen, ob er auch sein eigenes Ende aufgezeichnet hat. Oh, ich hab grad noch spritzen sehen. Geil. So, warte mal, ich hole vielleicht einen Timer statt, wenn wir jetzt doch noch ein bisschen spielen. Ich bin ja davon ausgegangen, dass du jetzt... Ja, ich sag mal, so ein bisschen was können wir machen, keine Ahnung, so... 20 Minuten oder so. Also ne ganze schaff ich nicht mehr. Also, egal. Wir machen jetzt noch so weit, wie wir kommen. Dann sag's einfach Bescheid. Gibt's immer wieder ne kurze Folge. Ne Saskia-Folge. Ne kurze. Komm zurück, Dei Cops. Hey, Rattenjunge. Bist du nicht der, der immer an der Sitze seiner Schwester nuckeln muss, um zu überleben? Weiß. Ernsthaft. Ne, hier. Da ist ein Depot. Nein, bei mir hier ist was Weißes. Und, wie tust du hier wieder rum? Passt das in den Schonk oder nicht? Weiß. Weiß. Seht euch das Depot an. Grün und weiß. Bei mir waren zwei Leder da drin. Gut, die muss man auch kaputt machen. Gut, die muss man auch kaputt machen. Wir müssen alle umgehen. Ähm. Wie war das? Wie war das? Wie war das? Oh, wo ist denn jetzt? Wie war das? Wie war das? Wie war das? Das ist so ein schnelles Spiel, da kannst du mit der Sniper gar nicht hinterher kommen. Ja. Von den Lettern durch die Reine nehmen wir gar nicht zu. Frische Ziele hier drüben. Das war jetzt ein Smutsch. Ja gut, das war jetzt wirklich ein Smutsch. Jetzt müssen wir runter oder? Ne, warte mal hoch. Wir müssen enttäuschen hoch. Wo geht keiner hoch? Hoch, 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 hoch. Da drüben, da drüben. Ja, da. Boah, bist du. Ja, im Allgemeinen. Ja, im Allgemeinen. Da ist gar keiner mehr da, dass wir noch so viel draufhalten. Ich glaube, dass da noch jemand ist. Ist okay, kein Ding. Hier sind noch Kisten. Kisten, 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 Kisten. Ich sammel Geld für uns ein. Ist geil, wenn man so ein bisschen spielt, dass da Kohle zusammenkommt. An mir kommst du nicht vorbei, Kisten. An mir kommst du nicht vorbei, Kisten. Willst hier hin und nicht weiter. Der löst sich schon auf, aber erst mal wird noch kräftig alle rausgelaufen. Ja. Ja. Aber der ist sicher nicht mehr. Ja. Ja. Da ist ja so ein bisschen von mir. Ja, wie noch. Das ist ja eins höher, glaube ich. Es kann sein, dass das eins über uns ist. Hm, den kann man dann gucken. Ne, jetzt wird's wieder unten angezeigt. Ist das ja irgendwie da unten? Da kann nichts nicht. Ach hier, so ein kleines Rollchen zum Reinlaufen. Ah, okay. Oh, hier ist noch ne Waffenkiste. Was sind das hier? Oh, eigentlich ist es direkt... Oh, hier! Das ist ein Klep-Tack-Style. Toter Klep-Tack. Da ist ne Waffenkiste? Ja. Man tut einfach so immer maximal blau für mich drin. Und richtiger Roboter-Polizist eine Tür schließt? Dann mach sie wieder auf! Ich bin ihn los! Kammerjäger, der Theaterbühne ist alles da vorne! Weiter! Ich hab heute noch nichts gegessen. Ich hab keinen Hunger. Ach doch, bei mir fängt jetzt ganz schön das Knall an. Und ich hab heute schon Frühstück gemacht. Hey Kammerdieb! Willst du sehen, was deine tote Sirenenfreunde nicht geschafft hat? Nö! Ja! Spüre, wie dich meine Kram durchströmt! Wie? Was kommt los? Wo bist denn du? Der war doch zu mager gelaufen. Alter, wie lange ist das mit tausend hier in diesem Scheiß rum und da reinkommen? Was? Ich hab dich nichts mehr gemacht. Oh! Mir egal. Töte so viele Gesalte wie du willst. Ich sorge für ein Nachschub. Meine Armee ist endlos. Aber weißt du was? Ich habe wichtigeren Mist zu erleben. Ok, jetzt, wenn die Hand los sind, können wir zur Sache kommen. Du machst immer irgendwas falsch. Äh, hallo? Hi. Ist wieder nur ein blaues drin, wenn du sowas machst. Also bei mir war was gelbes drinnen. Ich glaube, du machst das halt nicht richtig. Wenn ich das immer mache, ist immer mehr gelbes drin. So, warte mal jetzt nochmal irgendwas. Wollen wir irgendwie mal kurz da hochkommen. Treppe, 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 treppe. Jetzt mal ein Etaschenchen. Höher kommen. Na, gucken wir mal, wie wir mit der zurecht kommen. Ja, hier. Hier bei mir. Ja, dann sollen wir uns gleich mal einen da oben das treiben. Ach so. Sitzemarkierung. Ah, hier. Ich hab's. Ja, ich laufe. Ich guck mal, wir waren richtig. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. Ich hab's. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. Jetzt müssen wir irgendwas. Mein Vater hat Poster seiner Lieblingsstücke im Theater aufgewandt. Vielleicht ist auf einem davon ein Hinweis. Oh, jetzt muss ich mal eine Schulter dazu machen. Hm. Ich hab's. Mein Vater liebte Typhon de Leon und die Kammerruinen. Finde das Poster dazu und stelle es auf der Bühne nach. Wir müssen irgendwie ein Booster finden und das müssen wir nachstellen. Wo ist denn das? Ach hier. Wo du draufstehst, ja. Nein, wir brauchen einen Piloten mit so einem A. Ah ne, guck doch mal auf was du gerade stehst. Das ist kein Pilot. Ist aber doch auch doch, das ist der Pilot. Ja, und jetzt bitte. Dann weiß ich noch nicht die richtige Kulisse. Ja. Wir brauchen was. Die zu brennende Häuser. Warte, versuch es mal. Das kann nicht sein. Nein. Nach was suche ich hier unten? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mein Vater sagte, er habe alle seine Aufzeichnungen dort unten aufbewahrt. Such noch etwas aufzeichnungsähnliches. Oh ja! Stillpunktverteilung? Oh! Geiler Scheiß! Dreh die, dreh die, dreh die Kopfscharthuhn. Ah! Meine Fresse! Ich drehe mich in so ein Ding in so ein Ding in die Hand. Platz noch voll in die Fresse. Jetzt wieder ein Wochenschank. Du machst auch was falsch. Wenn du die öffnest, kriege ich nur grün. Da hat kurz was... Hä? Was ist denn das? Ach so! Da leuchtet man kurz was wieder auf. Das ist aber dann der Vergleich mit der Woche, die man dort in der Hand hat. Natürlich! Mit Aufzeichnungen meinte er seine Platten. Diese Scheibe ist so alt wie die Jacobs Corporation selbst. Und ich habe den einzigen Ligno-Plattenspieler im System. Wenn er mir eine Nachricht hinterlassen wollte, ist sie da drauf. Bring sie zurück zum Jagdhaus, Kammerjäger. Bin auf dem Weg zurück zu dir. Lilla, Lilla, Blau, Blau. Ist aber nur Pistols. Ja. Ist mir egal, aber das kann man ja zu Geld machen. Oh, warte mal, hier ist noch ein tolles Waffenobjekt skimt frei. Aber eins will ich dir noch sagen. Du bedeutest mir nichts. Also habe ich dich an die Kalypsus verkauft. Nur damit du es weißt. Ich hole mir den Kammerschlüssel, weil ich reich bin. Und reiche Leute bekommen, was sie wollen. Okay, da waren wir schon. Was ist das andere? Das ist ein Bereich. Ach, da ist ganz hinten in der Ecke. Was läuft da mal runter bis rechts hinten. Das ist was zum Einsammeln. Check. Und die Naja? Vergiss mich, ganz hinten weg. Ach da ist so. So, Ronny, solltest du dir zumindest mal anschauen. Ja, sobald ich dir zu weit bin. Oh, ein Wiesenschrank. Oh, ich steh' mir so. Diesmal ist zweimal lieber drin. Mit Pistel und, 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 und. Nur ne Pistel, was ist denn hier falsch, ey? Hast du den aufgemacht? Ja, ne? Beute, da drüben! Oh, mir muss nicht einhören, ich war dabei. Oh, eine Schotte. Was? Tyrannisiert? Oder was war das? Murderisiert. Murderisiert, ne? So. Oh, ich muss dich aufstoßen. Ah, da ist noch was? Oh, was ist das? Da war wohl immer das Kauspielzeug für den Sorianas. Ich schätze mit der Kleckung. Mit dem Ultra-Premium-Multi-Tasking-Persönlichkeits-Multi-Kator kann meine neue Teste-Freundin gleichzeitig niederkauern und sich aufspielen. Okay, die Waffe mag ich. Muss man nicht zielen, nur draufholen, ne? Ne, mit der musst du auch schon zielen auf weiteres, aber die macht halt mehr Pums. Okay, das ist einfach mal so viel Aufpass. Wenn die Waffen macht. == Ähm... == == Schnellen? == == Schnellen, == == Schnellen, == == Schnellen, == Oh, die hat aber einen Fatzen verzweifelt. Die braucht ewig im Nachladen. Wah, go! Woah, losgemos! Tja! Warn 달려! Warn 달려! Oh, anna эта Ogilna! Wow, it's gonna break a Kalisk up its e-trak. Warn that Southern style! Oh no. This is the LATF only. Oh, noch was, noch was, noch was, noch was. Wo ist das? Ein Skin. Matsch. Oh, der klettert schnell, ob ich schießen kann, ah, wieder runtergefallen. Klar. Oh, das war ein bisschen Wörter. Ich habe Klauter, jetzt muss ich mal kurz ins Menü rein, so. Wo jetzt bestimmt drei, vier Dinge zum Entspannen von irgendwelchen Skills auswählen. Ähm, warte mal, das kann ich hier dir rausschmeißen. Guck mal hier, guck mal, ob du das schon hast. Ich schmeiß da gleich mal einen raus. Einen konnte ich, einen konnte ich schon. So, ähm, wo denn? Auch hier. Merci. Was ist denn eins schon? Es war halt nur ein grüner, aber besser wie nichts mehr. Ja, ja, ne, aber ich kenne noch nicht alles gut. Mal gucken wir noch kurz in den Skillbomb, da habe ich wenigstens einen Punkt. Ach ja, ich gucke mal hier auch noch. Klauter, kia, 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 und... Klötzer, magazin, das ist irgendwie verkehrt. Nein! Richtig? Ich hasse hier ein Gesicht zu schön, ich bin dich! Wir fahren! Hier ist irgend so ein Zeichen. Weißt du was das ist? Ich will gerade mal runter. Bla bla alien scheiß was auch immer. Bla bla alien scheiß was auch immer. Untersuchen bringt aber nix her. Ich verstehe kein Wort. Wahrscheinlich wenn wir dann später irgendein Addon spielen, dass wir da ähm... Schlagen wir es kaputt! Dass wir da irgendwas äh sammeln müssen. Ja. Ah fuck nein nicht hier lang. Warum nicht? Du fällst da sonst runter. Wir müssen nämlich zu Rain Ride zurück und dann geht's nicht anders wie durch. Die Antenna haben wir ja schon. Ja. Muss man kurz noch Sachen verkaufen. Ja. Morgens halt. Ein fairer Preis für Seelenfrieden. Du hast etwas Geld? Gib doch was davon aus! Heutzales... ... und dann geht's. Mehr schießen! Mehr kaufen! Meine Fasse, das ist jetzt echt ein bisschen... Wie viel Zeit haben wir jetzt gemacht? Ja, etwas über 20 Minuten. Dann würde ich sagen, bleiben wir hier vor diesem Portal stehen und hören auf, oder? Dann kannst du was essen. Ja. Ich kann mich mal generell unten zeigen. Das ist eine gute Idee, das machen wir. Okay, dann machen wir hier noch Club. Ja. 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 Ja.